Ich würde jetzt noch den letzten Beitrag machen. Da geht es um die verschiedenen Substanzen, die zugelassen sind für die Opioid-Agonisten-Therapie oder eben die Substitution. Einfach einen Überblick geben. Sie haben, glaube ich, alle auch die Synopsis bekommen. Es geht mehr oder weniger um das. Das ist sicher ein sehr schöner Überblick. Ich denke, ich werde einfach die wichtigsten Aspekte hier rausnehmen. Und ihr, wer es noch nicht kennt, oder noch mehrere Leute mitnehmen, auch für Kolleginnen und Kollegen, es wurde noch mehr rausgegeben von der Gesellschaft für Suchtmedizin. Eigentlich basiert mein Beitrag auf einem Artikel von meiner Kollegin Miriam Kehlin, die bei uns Oberärztin ist, aber heute leider nicht da sein kann. Darum stelle ich es vor, sie hat das in Mars Medici publiziert, anhand von einem Beispiel, dass es wirklich wichtig ist, und dass wir die Botschaft eben auch rausgetragen, zu den substituierenden Hausärzten. Dass es nicht nur Methadon gibt, das ist der Fall von einem 56-jährigen Mann, der auf der psychiatrischen Seite rezidivierende, schwere, depressive Episoden hat. Er hat einen regelmässigen IV-Heroinkonsum, schon seit einigen Jahren. Und er ist mit Methadon behandelt worden, über Jahre. Immer wieder dazu geführt, dass er einen Beikonsum gehabt hat mit Heroin. Also die Stabilisierung, die es eigentlich hätte bringen sollen, ist nicht erfolgt. Auch mehrere stationäre Entzugstherapien haben keinen Erfolg gebracht. Dann hat man ihn umgestellt auf retardiertes Morphin, auf das Produkt Zevrelong. Das hat eigentlich nur dazu geführt, dass er dann auch das hat anfangs IV konsumieren. Also die Tabletten aufgelöst hat und das initiiert hat, zusätzlich zu Heroin von der Gassen. Das ist ein unbefriedigender Zustand. Und er ist dann zu uns gekommen, um mit den Beit- und Malungen ins Diafin-Programm, also ins verschriebenen Heroin-Programm, einzutreten. Und seither, seit er in diesem Programm gut dosiert ist, ist er eigentlich bei konsumfrei, was die Opioide angeht. Also einfach so ganz kurz, um zu zeigen, dass es eben schon noch eine Rolle spielt, welche Substanz man wählt und dass nicht eine Substanz für alle gut ist. Aber dass man bei der Wahl von diesen verschiedenen Substanzen einiges auch beachten muss. Und eben das ist jetzt die Synopsis, die ich hier vorstelle. Unter anderem eben auch die Anreichungsform, wie man da schön sieht, in dieser Bildauswahl. Und eben die Galenik, also wir haben da ganz links das normale Methadon, wo es als Tabletten oder eben als Trinklösung gibt. Oder dann das Levomethadon, wo es in der Schweiz nur in flüssiger Form gibt. Leider noch nicht in der Tabletten. In Deutschland gibt es schon längstens als Tabletten. Wir hoffen, dass das in der Schweiz auch mal noch wirkommt. Das ist wirklich ein Nachteil. Wir sehen es dann nachher noch, wieso. Das etatierte Morphine sind Tabletten. Die Prenorphine sind Sublingual-Tabletten. Und das Diafin gibt es einerseits flüssig zum initiieren und andererseits als Tabletten. Man kann alles einmal täglich nehmen, ausser das Diafin, wo man zwei- bis dreimal täglich nimmt. Ein wichtiger Unterschied ist der Preis. Zwar alles Substanzen, die der Krankenkasse gezahlt werden, aber sowohl das Levomethadon als auch das Methadon-Razemat sind deutlich günstiger als die anderen Substanzen. Interaktionen, das ist ein wichtiges Thema, vor allem wenn es um das Methadon geht. Also die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das muss man sicher immer prüfen, bei Leuten, die Methadon haben, was man dazu gibt. Respektive jemandem, dem man Neumethadon gibt und noch andere Medikamente hat, ob sich das verträgt. Insbesondere sind da auch Antibiotika zu erwähnen oder Tuberkulostatika, die dann wirklich die Methadondosis massiv erhöhen können, wo es gefährlich werden kann. Unter anderem eben das Rivampicin. Und zwar sowohl beim Anfangen als auch beim Aufhören kann es gefährlich sein. Also das ist, denke ich, etwas Wichtiges. Das ist aber wirklich hauptsächlich das Thema beim Methadon-Razemat. Dann, was auch noch ein Thema ist, ist die interindividuelle Variabilität. Also dass der Stoffwechsel halt nicht bei allen gleich ist und da ist wieder das Methadon-Razemat ein Thema. Dort gibt es Stoffwechsel, die massiv beschleunigt sind, also sogenannte Fast-Metabolizer. Das heisst, die verstoffwechselt das Methadon viel schneller und brauchen entsprechend höhere Dosen, meistens auch zweimal tägliche Dosierungen. Und das findet man eigentlich nur raus, indem man das mit dem Patienten anschaut und er berichtet, dass er nach der Methadon-Einnahme am Morgen, am Abend, schon wieder anfängt, Entzugssymptome zu bekommen. Und darum ist das ganz wichtig, dass man das immer im Dialog mit dem Patienten, mit der Patientin auftosieren. Therapieresistente Patienten, also therapieresistent bei Leuten, die den Fall, den ich vorher beschrieben habe, einfach auf die anderen Therapien nicht richtig ansprechen. Eben wenn es zum Beispiel um Abstinenz von Beikonsum von Pioid geht, dann ist natürlich klar das Diaffin dann das letzte Mittel, das dann aber häufig den gewünschten Effekt bringt. Die Gefahr der Überdosierung, die therapeutische Breite ist natürlich besonders da bei der IV-Applikation vom Heroin. Die sicherste Substanz ist da das Buprenorphin und die anderen haben natürlich das Potenzial der Überdosierung. Aber dort relativiert sich das sobald die Toleranz aufgebaut ist. Also wenn die Leute nach 5 Tagen schon eine Gewöhnung haben an diese Dosis, die man als Zieldosis anstrebt, dann ist das eigentlich auch eine relativ geringe Gefahr. Ausser das kommt dann auch zu einem Mischkonsum mit anderen Substanzen. Aber das Gefährliche bezüglich Überdosierung ist allgemein natürlich immer am Anfang, vor Beginn der Substitution und am Ende. Sprich wenn jemand neu in der Abstinenz ist und meint, ich kann einen Beikonsum machen wie vorher, wo ich natürlich keinen Schutz mehr hatte und sich dann massiv bis Lethal überdosieren kann. Oder auch wenn man die Substanzen, die eigentlich für den Oralikonsum gedacht sind, IV konsumiert, ist das natürlich auch nochmal ein Problem, dass mit dem flüssigen Methadon das der Fall sein kann. Oder eben aufgelöste Tabletten auch. Hier die QTC-Zeitenverlängerung, das war vorher auch noch ein Thema, das vor allem beim Methadon-Razemat ein Thema ist. Gemäss, eben Franziska hat es gesagt, es gibt nicht sehr viel Literatur, das Levomethadon scheint ein bisschen besser zu sein diesbezüglich. Und die anderen Substanzen haben das Thema nicht in einem relevanten Ausmass. Also wenn wir jemanden haben mit QTC-Verlängerung, Methadon, dann immer schauen, ob man vielleicht nicht umstellen kann auf ein anderes Opioid. Schwitzen ist ein grosses, subjektives Problem bei vielen, insbesondere unter dem Methadon oder unter dem Levomethadon oder dem Diaffin. Das ist ein bisschen besser unter dem Retadierten Morphin oder Buprenorphin. Die Sedation, die zum Teil gesucht ist und zum Teil nicht. Auch das muss man herausfinden, ob jemand wirklich die Sedation sucht. Oder wenn eine Berufstätigung ist, dass diese zum Beispiel sehr hinderlich sein kann. Dann ist dann die beste Substanz, die das am wenigsten macht, sicher das Buprenorphin. Das Libido, da sind wir beim Vortrag von Regina Esser am Anfang. Die Libido-Sexualfunktion, also der Einfluss auf die Sexualhormone, ist am grössten mit dem Methadon und dem Diaffin. Und am wenigsten ausgeprägt beim Buprenorphin. Wenn es darum geht, um die Wahl der Substanz. Immer daran, wenn etwas nicht gut funktioniert, eine Substitution oder auch bei einer erstmaligen Wahl. Das muss man immer sehr gut anschauen, all diese Punkte durchgehen und vor allem immer auch die Patientinnen und den Patienten einbeziehen. Und dann auch, wenn man über das Subjektive ansprechen muss, ein zentrales Element sein. Wie es wirkt, wie es empfunden wird, wie man im Alltag funktionieren kann. Das kann sich auch mal verändern in einem Leben, dass plötzlich mal etwas anderes zählt. Zum Beispiel, wenn man dann plötzlich in einem Beruf funktionieren muss. Dass man dann vielleicht auch bei der Substitutionssubstanz etwas ändern muss. Wichtig ist auch noch, das wissen die meisten. Die ganze Regulierung ist natürlich viel grösser immer noch beim Heroin, beim Diaffin. Also ein entsprechendes Besuch braucht vom Bundesamt für Gesundheit. Den Rest kann man eigentlich sofort anfangen. Aber es ist natürlich alles meldepflichtig. Eigentliche Substitutionen müssen einem Kantonsarzt gemeldet werden. Beziehungsweise der Kantonsärztin im Kanton Zürich. Das wäre es. Beste Dank. Sind noch Fragen? Nein. Man liest es immer wieder irgendwo, dass es theoretisch denkbar wäre, eine Substitution mit nur dreitägiger Einnahme. Meines Wissens haben wir das nicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch nur ganz spezielle Fälle angezeigt. Die Gefahr steigt natürlich schon, dass man es vergisst, wenn man es nicht jeden Tag einnimmt. Aber man kann das machen wegen der langen Halbwertszeit. Also die Indikation ist schon da. Ich weiss nicht, hat jemand Erfahrung mit... Moment schnell. ...und dann kommt immer die Frage, sollen wir die Gleichdosierung geben? Nach meiner Erfahrung habe ich 15 Jahre in diesem Domain. Und dann habe ich mir etwas gesagt. Also die Affinität von Opiaten Rezeptoren, die Affinität zu partiellen Agonisten. Bubrinorphin ist sehr hoch, wenn sie einfach bis sieben Tag gebinden. Das heißt, wenn der Patient nach drei, vier Tagen kein Bubrinorphin genutzt, das heißt, die Rezeptoren sind immer die Agonisten, weil sie sieben besetzt sind. Deswegen nach drei Tagen selten, dass sie wirklich im Entzug erschien. Nur wenn sie neben Konsum haben und andere Substanz. Aber meistens nach drei Tagen kann man schon die Gleichdosierung Patienten weitergeben. Ohne Abbau oder vom Anfang an die Dosis aufbauen oder aufdosieren. Vielleicht noch eine Bemerkung. Buprenorphin gibt es in Deutschland. Bei uns noch nicht, aber wird wahrscheinlich auch als Depo-Präparat. Eine Woche bis ein Monat, glaube ich jetzt neu. Das kann natürlich auch für gewisse Patienten ein Vorteil sein. Aber ich weiss nicht, wann das in der Schweiz dann letztendlich zur Marktzulassung kommt. Weitere Fragen? Gut, dann wären wir am Schluss. Ganz herzlichen Dank nochmal den Referentinnen und Referenten für diese sehr spannenden Beiträge. Das war wirklich ein sehr informativer Abend. Das war wirklich ein sehr informativer Abend. Mal sehen, wie gesagt. Ich weiß, was jetzt schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020